24 Ne, ist ja nicht viel dazu gekommen 3 Stück 3 Stück, ja, immerhin Ja Nicht gerade viel Immerhin, wir hätten es näher dran bauen müssen, doch egal Oder wir müssen den Chunklauder reinmachen Ja, geht auf der Version nicht Aha Gibt's nicht Schade Da hätten wir noch 5 Aber ich glaube, wir lassen es so Das ist jetzt halt hier der Übergang von Quarz auf Kies Ist ein bisschen blöd, aber wenn wir jetzt halt hier auch noch Quarz verlegen Dann müssten wir hier überall Quarz verlegen Aber hier sieht wiederum der Kies ganz gut aus Also Es ist blöd Ja, weil er nicht verbunden ist Ja Das ist Birkenholz Die können wir eigentlich auch so eine Umrahmung machen Aber mit Birkenholz Gucken wir mal, wie es aussieht So ein paar kleine Veränderungen machen Ui, die Sattel haben Haha Hm Meinst du, das weiße Fert meins? Weiß ich nicht Also das, was ich benannt habe, ist meins Das ist ja, da haben wir uns ja drauf geeinigt Und das ist rein So, dann gucken wir mal Ich glaube, das war meins Wir müssen mal Rüstung machen Was sagst du, Goldrüstung? Ja Das könnte ein bisschen kritisch werden So, wir haben auch Gold Nicht mehr viel Du brauchst einen Diamant mit einem, also einen Block Ja Haben wir doch Ach komm Einfach nur, weil wir sie da stehen haben Die schöne Zuckerrohrfarben Vollautomatisch Ja, einen Block haben wir Die ist richtig patentiert Die macht auch immer einen Stack Einen ganzen Stack macht die voll Leder So Weiß ich nicht mehr genau, wie das Einfach einen Goldblock rein und drei Leder drumrum Kannst, glaube ich, auch nachgucken Mit Ich hab's mir reinlegen lassen Ja, und noch Und noch Items, nicht genug Items So Ja, Gold sieht am besten aus, finde ich Hm Ja, doch Dann passt Hier ist Gras Hier ist der Weg Dann haben wir noch ein Pferd Kann ja ein paar Träten Ja, theoretisch Kann er das Wenn er überhaupt Jemals wieder mitspielen will Ich weiß doch nicht, wie der da drauf ist Ich mach der extra auch Nein, ne Ahnung Hier bräuchten wir noch ein Ding Dann wär's symmetrisch Ein Kies Ne, Matalan Hast du ein Kies? Doch ich hab keinen Ich hab nicht Du nur was Dann müssen wir runtergehen Das ist ein Scheiß Das Wasser hier ist schön So ne Ist die unendliche Wasserquelle Die scheiße ist Warum? Weil die nicht unendlich ist Ja, doch Ja, ich kann da nicht überall draufklicken Ist so egal Klickst in die Mitte und hast wasser Gutes Ja Ich krieg halt immer gerne überall hin So dass es schneller geht Geht auch so schnell Ja, aber da muss ich immer genau zielen Könnte ich jetzt hier oder da Marcel muss seinen Skill benutzen, ja Seinen krassen GTA Aim-Bot-Skill Ja, guck her Ja, doch So schaut das schon besser aus Dann haben wir hier so einen Zweierweg Der geht hier rüber Zum Stall Dann können wir hier bei Dominik noch rein Wenn wir wollen Aber wer will da schon Beziehungsweise Der wohnt ja da nicht mehr Also das Haus steht Einfach da Ist ne Zu verkaufen Ist ne Wohnruine Warte Nein, ich hab kein Schild mehr dabei Oh, ich will mich hier nicht ins Bett legen Nein, nein Und sonst ist es schon schön Wohnruine So, da schreiben wir jetzt drauf For Sell Der Fernseher müssen wir aber vorher abbauen Der ist nicht zu verkaufen Ja, gut Mit dem Shader sieht man hier richtig die Dinger Die einzelnen Blöcke Tätische, bisschen doof Aber sonst ist es gut Ja, dann machen wir mal Schluss, oder? Ja, können wir machen, ne? Wir haben ordentlich was geleistet heute Den ganzen Stall umgebaut Und beim nächsten Mal Können wir dann mal wieder Ja, genau Ich schmeiß das Brot weg Gut Brauchen wir nicht Verhungern wir einfach Ah, jetzt wird es erst angezeigt Diamantrüstung halb kaputt Ah Guck mal, wir haben beide das, äh, Rot und Flash in der Hand Wie sieht das eigentlich aus, wenn du das auch noch in die Hand hast? Ach, ich muss erst selber einmal Rechtsklick drauf machen, damit ich es auch sehe Ja, wie gesagt, die Ding ist ein bisschen verbuggt, die Mod Leider Gut gemeint, aber scheiße umgesetzt Genauso wie Reaktor-Craft Gut gemeint, gut gedacht Ist eigentlich ne klasse Mod, aber viel zu verbuggt Oh, ich hab nen B-Stock Und das nimmt eigentlich schon wieder die Coolness an der Mod Wenn einfach mal die, das Spiel abstürzt Weil die Kabine Ich hab G-Schock Falsch Ich muss aber drauflegen Ne? Ja Jetzt ist er wieder weg Oh mein Gott Forster, ja zum Verkaufen Das ist doch mal nix Haus zu verkaufen Ja, das ist selber schuld Wenn nicht mehr kommt, ähm, sein Haus wird verkauft Ja Vielleicht will ja Patrick drin wohnen Aber ihr darfst nicht umbauen Das ist denkmalgeschützt Ne Das ist nur zu verkaufen Das ist nur zu verkaufen For cell no umbauen Genau Genau Nein, wo ist er hin? Wollt grad nen Enderman abkassieren Stark, da kommt keiner Da stand grad einer Aber er ist dann Pst 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 Hier müsste ich eigentlich auch noch nen Abend drumrum machen Gut Da nicht Das ist wieder blöd Aber ja, gut Naja So, was spricht die Uhr noch drei Minuten Mal am Schluss jetzt Also gut, dann machen wir direkt Schluss Oh, ist schon wieder zwei dazugekommen So, das war's, tschüss, das war's, tschüss, außer Und tschüss Schaltet jetzt ab Abschalten, da kommt nix mehr Genau Kommt schon die ganze Zeit nix mehr machen, das ist dummes Zeug Wenn jemand weiß, warum der schwarze Bildschirm da kommt Dann soll es schreiben Wer ist denn der schwarze Bildschirm? Nein, ich bin gefahren Der schwarze Bildschirm, wo immer nur dein Mauskursor zu sehen war Ha? Auf deinem Computer weißt du es nicht mehr Nee Du hast ihn hochgefahren Und dann, bevor sich der Desktop aufgebaut hat, war dein Bildschirm schwarz Ja, ja Nur der Mauskursor zu sehen Dann bin ich gekommen und hab's repariert Ja, wir haben den Computer einfach neu aufgesetzt, dann war's wieder weg Mehr haben wir nicht gemacht Ich glaube, es war wegen, äh, wie heißt Hallo Hallo Äh, Tune-Up, glaub ich Was ich dann noch benutzt hatte Oh, Milch Ja, da wollten wir eigentlich mal Käsekuchen packen Haben wir immer unter nett gemacht, die gewillt ja nett Hast du so einen roten, schwarzen Fleck, also sowas Ja, du hast den auch Das ist der Shader ein bisschen komisch, würde ich sagen Ja Das ist nur ein Singleplayer Shader Ja, da schon, ne Was hab ich hier eigentlich alles leer? Ja, ja Yay, Hausparty bei mir Ach ja, die Uhr, die Außen-Sylvester-Special, die Uhr hier Ja, die Uhr war gut Zehn Uhr ist es schon Und das Bett sieht immer noch kacke aus Naja, gut Dann würde ich sagen, war's das Und vielleicht startet die nächsten Tage GTA Weil Ja, bei dir Da was, äh, was, was Gutes passiert die Tage Jetzt Der ExoRights, der kriegt einen neuen Rechner Und da läuft hoffentlich GTA drauf Und dann bequemt sich vielleicht auch der Herr Patrick dazu Mal GTA Online zu kommen Und dann Zocken wir da mal eine ordentliche Runde mit Aufnahme Ja, genau, so sieht's aus Das kann ich auch Ja, das kann ich jetzt auch Zum Glück hab ich mir die Maus gekauft Nur deswegen Nur deswegen, ja Das ist so'n, so'n, ähm Gimmick So'n, weiß ich nicht Ich kann hier so'n Knopf drücken Dann hat die keinen Raster Also, das heißt Die dreht einfach ohne, dass sich da was ist Und dann Dreht die einfach total schnell Ja, jetzt haben wir die drei Minuten noch vollgequatscht mit Scheiß Ja, sinnlos Ich hab's schon gesagt, jetzt kommt nix mehr Kommt nix mehr Ja, du machst dann hier Schluss dann Wir können nochmal in die Erfolge gucken Aha, mhm Ja, ein Endermann Dingsbums, da müssen wir besiegen Ich hab da noch gar nix Ich bin jetzt bei Heißer Angelegenheit Habe ich schon Ich hab alle Errungenschaften einfach nachgeholt Die ich schon gemacht hab Im Let's Play Weil die waren ja schon gemacht Und ja, die jetzt gespeichert werden Hab ich die halt einfach Nachgestellt Ja So Gut Dann können wir hier Verbindung trennen Oder Mod Option Hm Scheiß können wir noch machen Aber bevor wir jetzt halt hier noch weiter Irgendeinen Scheiß machen Würde ich sagen Die Musik ist aus Und die Musik bleibt jetzt auch aus Ohohoho Boah, ich hab jetzt in Seuss Ultra drin Boah, geil Boah, krass, na Voll Ultra geil Geil sieht das aus Super geil, super geil Da ist so dieses unschärfe Ding Wenn ich jetzt die Tür angucke, ist die Tür scharf Und du total unschärfe Wie das aussieht Ach der Dove Ultra Ne, es gibt nur einen Ultra Achso Ja dann Dann Machen wir jetzt hier Schluss Ultra Morschenblühen Und ja, gut Da hört man nochmal schön Autos Find ich gut Find ich gut Na jetzt Jetzt hab ich keine Lust mehr Ne, jetzt machen wir aus Und dann, ne Ah, du packst drum Der PC nimmt immer nur auf, ne Naja, ist gut Naja, ich weiß nur Damals hab ich mal Haben wir so mal so einen Scheiß gemacht So wie heute Aber jetzt, aber Aber jetzt wirklich Das ist so Jetzt sagen wir Tschüss Bis zum nächsten Mal Ich fuchte hier mit den Händen rum Als würde man mich sehen Aber egal Du brauchst so ne Webcam Hihihi Das hättste gerne Ja, ne ich nicht Ne, gebit nicht, gebit nicht Ne, ne, ne Wer mich sehen will Wer mich sehen will Der muss mal auf die Gamescom kommen Wenn ich auch da bin Was nicht Der Shader hier ist ein bisschen behindert Ja gut, machen wir jetzt Schluss Das ist wörtlich gesprochen Ja, mach Ja, gut Also dann Ciao Mit V Ne, Spaß Was 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 Da, Da, Vielen Dank.